Wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihre Ausreise, ja und dann, dann geht dieser Satz nicht weiter, denn er geht unter im Jubel hunderter Menschen, die wochenlang ausgeharrt haben im Hof und im Gebäude der Deutschen Botschaft in Prag. Diese Menschen sind DDR-Flüchtlinge und gesprochen wird der Satz zu Ihnen von Hans-Dietrich Genscher am 30. September 1989. Eigentlich sollte der Satz weitergehen mit genehmigt worden ist und das freut die Menschen natürlich. Hans-Dietrich Genscher sagt heute, dieser Moment war der glücklichste seiner politischen Karriere. Es sind wochenlange Gespräche dem vorausgegangen und was es damit genau auf sich hat mit diesem glücklichsten Moment und mit diesen DDR-Flüchtlingen, darum geht es gleich ein bisschen genauer und es geht auch um den schlimmsten Moment im Leben, im politischen Leben von Hans-Dietrich Genscher. Was war das für ein Mann? Mehr dazu jetzt. Hans-Dietrich Genscher war im Laufe seiner politischen Karriere nicht nur Außenminister, er war auch Innenminister, er war Vizekanzler und er war Vorsitzender seiner Partei der FDP. Ein langes politisches Leben hat er geführt, 23 Jahre lang war er an verschiedenen Bundesregierungen beteiligt, wirklich der Wahnsinn kann man schon sagen. Und Hans-Dietrich Genscher hat maßgeblichen Einfluss auf die Politik in Westdeutschland genommen. Was insofern erstaunt, als dass er eigentlich aus dem Osten kommt. Geboren ist er nämlich in der Nähe von Halle, am 21. März 1927. Als die Wehrmacht in Polen einmarschiert, ist er zwölf Jahre alt und wird später dann im Krieg als Flughelfer und noch später als Soldat eingesetzt, kurz bevor der Krieg vorbei ist. Er gerät dann auch in Kriegsgefangenschaft, aber diese Kriegsgefangenschaft, die ist relativ schnell wieder vorbei. Nachdem Genscher aus der Kriegsgefangenschaft entlassen wird, geht er nach Leipzig und studiert dort Jura. Deutschland liegt in Trümmern, aber es liegt auch so eine Aufbruchstimmung über dem Land und gerade junge Menschen sind sehr motiviert, ein demokratisches Deutschland aufzubauen. Das ist allerdings im Osten, in dem Hans-Dietrich Genscher in dieser Zeit lebt, nicht wirklich möglich. Die Sowjets wissen das zu verhindern. Und deswegen kehrt Hans-Dietrich Genscher schon sehr früh seiner Heimat den Rücken zu. 1952 verlässt er Ostdeutschland und geht in den Westen, nämlich nach Bremen. In Bremen arbeitet Hans-Dietrich Genscher als Rechtsanwalt und er tritt in die FDP ein. Eine Partei, in der er relativ schnell die Karriereleiter immer weiter nach oben klettert, während er sein größtes politisches Ziel mit Nachdruck verfolgt, nämlich die Wiedervereinigung. Klar, er kommt aus dem Osten und die Menschen dort liegen ihm ganz besonders am Herzen. Dann kommt 1969 mit Willy Brandt die neue Ostpolitik. Das ist etwas, was Hans-Dietrich Genscher sehr, sehr gut in die Karten spielt. 1970 erkennt die Bundesrepublik die DDR als Staat an und zwei Jahre später nehmen beide Staaten offizielle Verhandlungen miteinander auf. Damit ist zwar noch längst nicht alles im Lot, aber zumindest redet man jetzt miteinander. Aber dann kommt der 5. September 1972 und mit ihm der schwärzeste Tag der deutschen Nachrichtsgeschichte. Bei den Olympischen Spielen in München entführen palästinensische Terroristen israelische Sportler. Hans-Dietrich Genscher ist zu diesem Zeitpunkt Innenminister der Bundesrepublik Deutschland und er steht vor der großen Frage, was macht man in dieser Situation. Die Entführer fordern, dass palästinensische Gefangene freigelassen werden und dass auch die RAF-Terroristen Bader und Meinhof freigelassen werden. Hans-Dietrich Genscher versucht mit dem Führer der Terroristen zu verhandeln. Issa heißt dieser Mann und er bietet sich sogar als Austauschgeisel an. Aber die Terroristen lehnen ab. Deshalb entscheidet Hans-Dietrich Genscher, dass diese Geiselnahme gewaltsam beendet werden soll. Beim Befreiungsversuch sterben allerdings alle Geiselnehmer und alle Geiseln. Außerdem kommt ein Polizist ums Leben. Hans-Dietrich Genscher bezeichnet diesen Moment als den schwärzesten seiner gesamten politischen Karriere. Und er zieht daraus seine Konsequenzen, nämlich indem er kurz darauf die Spezialeinheit GSG 9 ins Leben ruft. Zurücktreten muss Hans-Dietrich Genscher aber nicht. Er behält sein Amt. 1975 wechselt die Bundesregierung. Helmut Schmidt wird Kanzler und Hans-Dietrich Genscher wechselt auch seine Position. Er ist nicht mehr Innenminister, sondern er ist jetzt Außenminister. Und in dieser Funktion nimmt er zusammen mit Helmut Schmidt an der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit Europas teil. Eine wichtige Konferenz, bei der sich die DDR und die Sowjetunion zu Menschenrechten bekennen und vor allem zur Einhaltung der Menschenrechte. Das ist wieder ein großer Schritt zur Annäherung zwischen dem Osten und dem Westen. Als Außenminister schafft es Hans-Dietrich Genscher die Bundesrepublik Deutschland richtig gut dastehen zu lassen. Sein großes Geheimnis dabei ist es, Gespräche zu führen. Ständig sitzt er irgendwo im Flieger und reist durch die Weltgeschichte, unterhält sich mit den Mächtigen der Welt und immer dabei, oder fast immer dabei, ist ein Markenzeichen, der gelbe Polunder. Mit diesem gelben Polunder kennt Hans-Dietrich Genscher in den 1980er Jahren fast jeder. Und das führt sogar so weit, dass die Satirezeitschrift Titanic ihm eine eigene Comicfigur widmet. Den Gensch-Man. Es gibt Feuerzeuge mit dem Gensch-Man, T-Shirts und so weiter und so fort. Später gibt das Außenministerium zwar zu, dass es da ordentlich mitgewirkt hat bei der Entstehung dieser Figur Gensch-Man, aber was soll's. Es hilft auf jeden Fall dem Außenministerium und vor allem hilft es dem Außenminister. Hans-Dietrich Genscher wird immer beliebter und er ist zeitweise auch der beliebteste Politiker des Landes. Und auch bei der Annäherung zwischen Ost und West tut sich was. 1985 kommt Michael Gorbatschow in der Sowjetunion an die Macht und Hans-Dietrich Genscher erkennt, das ist ein Mann, mit dem kann man zusammenarbeiten. Vier Jahre später beseitigen die Ungarn ihre Grenzanlagen zu Österreich und nur die DDR macht weiter dicht und sagt, wir machen so weiter wie bisher. Die DDR-Bürger, die sehen das überhaupt nicht ein. 1989 stellen mehr als 100.000 DDR-Bürger Ausreiseanträge und sie versuchen auch ihre Ausreise zu erzwingen, indem sie in die Botschaften der Bundesrepublik Deutschland in Prag und in Warschau gehen und sich dort aufhalten und warten, was passiert. Richtig ernst wird die Situation dann 1989 im September, als 4000 Menschen auf dem Gelände der Deutschen Botschaft in Prag, man kann es nicht anders sagen, hausen unter unglaublich schlechten hygienischen Bedingungen, im Matsch, im Schlamm. Viele Kinder sind dabei und Hans-Dietrich Genscher ist klar, da muss etwas passieren. Er versucht mit dem DDR-Außenministerium und mit der Sowjetunion zu verhandeln, dass die Ausreise dieser Menschen in die Bundesrepublik Deutschland genehmigt wird und schließlich... Wir sind zu Ihnen gekommen, Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihre Ausreise... ...hat er auch Erfolg. Eine Tat, die ihm bis heute von vielen Menschen sehr, sehr hoch angerechnet wird. Hans-Dietrich Genscher seinerseits sagt, das war für mich selbstverständlich, ich komme aus dem Osten, ich bin selbst geflüchtet und ich bewundere die Menschen für ihren Mut. 1992 ist dann aber Schluss. Hans-Dietrich Genscher tritt freiwillig zurück als Außenminister und als Vizekanzler und er ist bis 1999 nur noch als einfacher Abgeordneter im Deutschen Bundestag. Dann ist auch das vorbei. Er arbeitet als Rechtsanwalt, er ist politischer Berater und vor allem ist er gern gesehener Talkshow-Gast und Ansprechpartner der Medien, wenn es um nationale und internationale Probleme geht. Ein Elder Statesman, wie er im Buche steht. Unterm Strich kann man sagen, Hans-Dietrich Genscher, ein großer Staatsmann, jemand, der entscheidend zur Wiedervereinigung beigetragen hat und auch zur Schaffung eines vereinten Europas. Und das hat er teilweise auch mit einem anderen bekannten Mann gemacht, nämlich mit Helmut Kohl. Wenn ihr zu ihm ein Video haben wollt, dann klickt einfach auf das i über mir, dann kommt ihr zu diesem Video. Und was mich interessieren würde, ist, Hans-Dietrich Genscher gilt ja für viele so als großes politisches Vorbild. Wer ist denn euer politisches Vorbild? Bei wem sagt ihr also, ja, wenn ich Politiker wäre, dann wäre ich genau so. Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn ihr noch mehr Videos haben wollt zu historischen Themen, dann abonniert den Kanal einfach. Bis zum nächsten Mal.